Glücklicherweise auch dahinter gekommen und die geben sich wirklich Mühe. Vergleichbare Produkte sind 100% Holz. 100% Holz, einfach nur, es wird zermahlen, aufgekocht, verpresst in verschiedenen Dichten. Natürlich muss ich sagen, ist in den Außenplatten dort ein gewisser Leimanteil, aber der ist verschwindend gering, die Holzspäne werden praktisch so bestäubt und dann wieder zusammengebracht, um unterschiedliche Dichten auch herzustellen.